Das gab es im Mickey Mouse Wunderhaus ja noch nie. Oh oh, unsere Mitmachmaschine ist kaputt. Was stimmt mit dir nicht? Um das herauszufinden, müssen Mickey und seine Freunde in das Innere der Maschine reisen. Los, komm! Denn dort scheint etwas kaputt zu sein. Hier muss irgendwas verstopft sein. Die Reparatur der Maschine wird ein unglaubliches Abenteuer. Today, test ich! Die ganz neue Geschichte. Mickey Mouse Wunderhaus, die kaputte Mitmachmaschine. Samstag, 8.30 Uhr. Das war's für mich.